Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy X HD Remastered. In der letzten Folge haben wir das schlechteste Blitzballspiel aller Zeiten erlebt. Aber wir sind zum Glück frei von diesem Fluch. Schauen wir mal an, wie es weitergeht. Ja, Walker ist natürlich jetzt fertig. Ah, wir kommen jetzt schon zur Hilfe. Lass uns ganz kurz was trinken. Okay, ihm geht es dann so gut. Was? Wie kommt der Münster hin? Was ist jetzt kaputt? Okay. Als allererstes, Hass auf Tidos. Komm, wir rotzen mal eine Exhalus von Wacker rein, dann sehen wir sie mal. Die Tombola. Element Tombola. Okay. Das habe ich immer grandios verkackt. Wenn man alles 3 auf einen Typs setzt, dann macht man halt von diesem Typ die Combo. Ich hatte jetzt versucht auf, ähm... Sammelschnell, auf Blitz zu gehen, hätten wir eine 3er Blitzschuss gemacht. Also... Ja, aber das haben wir grandios verschissen. Gut, gehen wir weiter. Das Schöne ist, der Hass-Defekt bleibt auf uns rauf. Das heißt... Zack. Und Schleets. Vernichtend. Hier können wir jetzt gut ein paar Therrien farmen, halt für vernichtend und so weiter. Problem ist nur, weil wir im Wasser sind, werden nur die beiden, ähm... die AP bekommen. Schleets. Aber halt für jedes Vernichten, äh, kriegen wir halt wieder doppelte AP. Und dann auch schon wieder richtig schön, ähm... mehr... mehr Items. Und ich glaube, der ist mit den Therrien und hat sich hier sogar gesteckt. Weiter geht's. Schlitz. Putz. Und weg mit dir. Du kriegst aufs Maul. Du gehst weg. Alter, wie viele kommen denn da noch? Tschüss. 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 Und... So. Guter Letz heißt es noch. Tschüss. Sehr schön. Das wäre auch erledigt. Und nur einmal dabei Wocker getroffen. Da haben wir ein bisschen abgeloopt. 19 Kraftfairien. Top. Also von denen haben wir jetzt erstmal noch Vorrat. Ja, das würde ich mich auch mal gerne fragen. Ah, jetzt kommt Oren der Motherfucker ins Spiel. Oh, oh. Oh, jetzt geht's los. Oh, jetzt geht's los. Ein bisschen so weit. Kein Team hat so, Oren. oh da kommt ein großer kein thema wieder gleiche taktik hast einen blind der ist blind und jetzt kommt wir benutzen von auren den kraftbescher also wenn der jetzt mal angreifen kann wir landen kaum treffer ausgewischen ich frage mich wenn ich manchmal so weit ist es für meinen neuen ekstasetyper lernen sieht bisher da richtig schlecht aus sehr schön vernichten so muss das und wir bekommen da kann man kraft zu reden und es geht sofort weiter das wird lustig oh seymour er betet nein er beschlürt was zum hanker wow was ist das wahnsinn einfach nur wahnsinn Wahnsinn. Was ist das für eine Bestia? Also, er ist auf jeden Fall mächtig. Das müssen wir einsehen. Bis hierher speichern. Ja, das machen wir mal. Du bist wirklich weggegangen, Kapitän? Nichts, du bist zuerst? Una braucht mich mit ihr jetzt. Ich kann nicht auf einen Schrauch sein. Ja, aber... Komm schon, schau mal. Die Blitz-Saison hat gerade angefangen. Nicht diese Gesichter, ja? Jawohl, das ist die richtige Motivation. Ich habe ein paar Prozesse zu halten, Juna. Ich habe ein paar Prozesse zu halten, ja? Von jetzt an, ich bin dein Voll-Time-Guardian. Dann willkommen zurück, Sir Waka. Schön, dass du mit uns bist. Hey. Schön, dass du zurück bist, ja? Also, was passiert? Nicht wirklich. Wir wissen nicht, wo die Fienden kamen. Maester Micah ist sicher und kalt. Dank Maester Seymour. Das ist es. Maester Seymours Aeon, das war so stark. Hey, du! Nicht nur auf der Seite. Alles ist dein Problem. Das ist dein Problem. Das ist dein Problem, hier in Spira, das nicht zu können, zu Zanark und alles. Alles. Ich sage dir, das ist dein Problem. Erlacht? Wer ist dein Problem? Du kennst meinen alten Mann, nicht? Ja. Und du kennst auch den Vater Yuna? Das stimmt. Hey Mann, keine Art. Das ist einfach nicht möglich. Das ist einfach nicht möglich. Jekt, Roska und ich. Wir sind zusammen, wir verletzten Sinnen zehn Jahre vor. Dann bin ich auf Zanarkand. Wo habe ich über dich gesehen. So, dass ich einen Tag einen Tag, ich kann dich in Spira bringen. Warum muss ich sein? Jekt hat mich auch gefragt. Jekt? 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 Was? Es kann nicht sein. Es ist. Verrückt ist. Was? Nein, das ist verrückt! Nein, ich glaube nicht! Aber es ist die Wahrheit. Du siehst für dich selbst. Komm mit mir. Wenn ich nicht sagen würde... Every story muss einen Endeffekt. Ich bin nicht egal mit deinen Geschichten! Ich verstehe. Entschuldigung, dass du so fühlst. Okay, dann. Komm oder komm, ist deine Entscheidung. Was soll ich sagen? Du sagst mir, dass es meine Entscheidung ist. Aber ich habe keine Wahl, oder? Du bist der einzige, der mir sagt, was passiert. Ich muss mit dir gehen, ich muss! Irritativ. Ich weiß. Oder hast du Angst? Ich bin nicht bei dir. Ich bin nicht bei dir. Ich bin nicht bei dir. Du bist gut. Wider ich zu Hause zurück? Wahnsinn. Was für eine Bombe. Sin ist also niemand anderes als Jacks. Aber wie zum Henker ist das möglich? Selbst für Spieger ist das doch abnormal. Ich meine, ein Mann verwandelt sich in die Geißel der Welt? Das klingt schon verdammt komisch. Also das ist auf jeden Fall eine richtig dicke Bombe gewesen. Dann machen wir es mal auf dem Weg, Yuna zu finden. Hoffen wir, dass wir sie noch erwischen. Aber wenn Oran damals der... Egal, oh. Nicht nötig. Sororin! Yuna. Sir. Ich wünsche mir, dass du dein Geist. Du akzeptierst? Du bist wirklich? Du hast es nicht. Nein, nein. Wir akzeptieren, nicht alle? Of course. No problem at all. Aber warum? Ich versuchte Braska. Du versuchst? Mein Vater? Dankeschön, Herr Oran. Du bist willkommen zu uns. Und er kommt, auch. Ich versuchte Braska. Hallo, Leute. Hallo, Leute. Das war ich, ich versuchte Jecht. Ist Herr Jecht alive? Ich kann nicht sagen. Ich habe ihn nicht gesehen in zehn Jahren gesehen. Ich sehe. Du hast ihn im Moment. Ah, einen Moment, zuerst renne ich nochmal kurz zurück, denn richtig fies versteckt ist hier eine Truhe mit tausend Gill, die können wir gut gebrauchen so, damit sind wir jetzt wirklich offiziell eine Garde, Andela Levykade Hey, watch! Ah, da! Hey, du hast ziemlich gut Du bist schade Ja, vielleicht Willst du ein Schreie? Ich glaube, das wird wirklich nicht helfen Du weißt, was? Es schrecklich zu sagen, dass ich das selbst Aber die Summoner und ihre Garde sind ein bisschen wie Spira's Ray of Light A lot of people in Spira depend on us I learned to practice smiling when I'm feeling sad, you know I know it's hard Yeah I understand Ich glaube Ich glaube nicht, dass er jetzt so relaxed sein kann Ich glaube nicht 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 Gott, war das schlecht gemacht Gott, war das schlecht gemacht Danke. Ich will mein Reise... ...mehren von Lachen. Okay. Wenn wir uns verbreiteten... ...welle Whistle. Ich komme zu Rennen. Ich versuche. Ja, gehen wir. Was hast du gesehen? Wir waren nur Angst, dass ihr alle geholfen habt. Sorry. Alles klar. Dann ist das nächste Reiseziel also schon befreundet. Alles klar. Dann würde ich sagen, geht es hier weiter in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.